Es begann verheißungsvoll. So hatte Claudia Bertani die Kirschblüte selten erlebt. Und was der Frühling versprach, erfüllten die Kirschen des Sommers. Aber nur die richtig prallen, knackigen und saftigen können zur Piemontkirsche werden. Denn mit der Kirsche beginnt das Geheimnis von Montcherie, das Geheimnis von Frische und Feuer. Freuen Sie sich auf Montcherie mit der Piemontkirsche. Die neue Saison hat gerade begonnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017